Gut. Na nun. Och, das hat ja geklappt. Au! Aua! Länger warm als deine. So, äh, da ist ein Händler. Gut. Ja. Sehr schön. Oh, Drecksack. So. Ach ja. Geht richtig voran, wenn man nicht mehr ganz so viele Ablenkungsmöglichkeiten hat durch das Sammeln, oder? Das ist doch, äh, schön. Schön. Freut mich. Der haut auch ab, natürlich. Feigling. Rettet man den und dann das? Ach man, wie dankbar die Leute einfach sind. Dizzy wird heute Sex haben. Ja, Rill? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Äh. Des Amtsvergehens angeklagt. Na nun. Im Parlamentsgebäude ein Attentat auf den Earl of Cardigan. Ja. Versuchen wir's mal. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Vielen Dank für deinen Follow, Rambo... Rambo 92. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Schön, dass du da bist. Also, schön, dass du mich verfolgst. Ja, äh, genau das wollte ich, Jacob. Du bist so... Ja. Toll bist du einfach. Ja, komm. Und wir, du überlebst es nicht. Ich bin begeistert. Das ist schön. Sah elegant aus. Oh, Mann. Keine Polizisten töten. Toll. Uppala. Ja. Mein guter. Ja. Ja, natürlich. Ist... Ach, Jacob. Ernsthaft. Ich muss darauf achten, dass ich den nicht komplett töte. Sondern nur ein bisschen anhaue. So, können wir jetzt? Nö, können wir nicht. Wie dämlich. Ja, natürlich. Oh, ist das... Oh, ist das... Es ist so nervig. Was macht denn der da? Baut er jetzt gerade echt ab? Ist das sein Ernst? Was... Was macht denn der da? Ist ihm das nicht selbst peinlich? Ich meine, ist mir gerade egal, ob der abhaut. Ich finde es... Ähm... Bedenklich. Was der da veranstaltet. Ja, äh, ganz genau. Ähm... Hat er irgendwas getrunken oder so? Ja, gut. Ähm... Das ist... Ja, schön. 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 Passwort stiehlen. Ja. Was macht der da? Also, es muss doch wehtun. Der hat sie doch nicht mehr alle. Ich glaube, ich habe sowas wie einen Bug ausgelöst im Spiel. Das ist schön. Ich glaube, es geht. Nein. Ich glaube, es muss ein bisschen mehrmals aufgehen. Ich bin der Herr. Sie können die Herr. Ich werde mich nicht mehrmals aufgeben. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ja, ja. Ach, Mann. Der fährt da hinten immer noch umher? Ist das schön. Ja, ich auch. Ich war mir auch total sicher eigentlich. Ja, der fährt gerade seine eigenen Leute um. Das ist, äh, ja. Nid. Ich glaube, ich muss da vorne doch nochmal aufräumen. Das stimmt doch nicht. Was soll ich denn noch machen? Huch! So. Nein! Ja, gut. Greif da auch noch den Falschen an. Bis morgen, Zivil. Dann nicht. Ach, wie blöde. Ja, mit dem können wir reden. Okay. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, ja, ja. Es ist gut. Sicher entlang. Freuen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften. Nicht wahr? Ja, ja. Genau. Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Temse gefallen. Huch! Geh weiter! So, jetzt nicht euer Ernst, oder? Na, geh weiter. Junge, geh einfach weiter. Vielleicht bringt es was, wenn wir den woanders hinbringen. Ich krieg gleich einen zu viel. Wir haben Besuch! Wieder das gleiche Spielchen. Es ist, es ist, ähm, ja. Zu dämlich. Können wir dann? Geh weiter! Was glaubst du, wo du hingehst? Irgendwo. Ah, ist das... Natürlich. Ich habe den Vizier. Meine Güte. Ich frage mich echt, wie man das machen soll, ohne sich, äh, also ohne entdeckt zu werden. Hallo, nimmst du den mal? So. Ja, die Mission ist echt komisch. Der Gedanke dahinter ist okay, aber ansonsten ist die ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. Gut, mit dem Polizisten hätten wir den gekriegt, aber, ähm, war jetzt irgendwie auch ein bisschen unschön. Naja, was soll's. So, können wir denn? Tu nicht so, die sind doch weg. Oh, ich krieg einen zu viel. Bist wohl falsch abgebogen. Ja, so ne Art. So, jetzt komm. Oh, jetzt tu nicht so dämlich. Ich geh. Oh, das ist... Das ist... Das ist ein Geduldsspiel gerade. Dreh dich um. Dieser verrückte Krell-Typ ist hier. Ja, ja. Hier ist niemand. Das ist ein Gedanke. Oh, das ist ein Gedanke. Ja. Und... Ist das dein Ernst? Na ja. Schön. Ups. Wer verdammt noch mal... Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Ja. Oh Mann. Ist denn sonst noch irgendwas mitzunehmen oder so? Nö. Nö. Na gut. Ja. Ja, jetzt häng noch an dem Typen fest. Also, bei dem kann er durchlaufen. Wo kam der denn her? Der Rados 3 hat sich eingeschlichen. Ich hab' nie riecht, ich hab' nie riecht, ich hab' nicht riecht. Ja, direkt nur einen Stern und den gibt's nur für die Idee. Also, für die Story an sich. Ansonsten gibt's hier echt nicht mehr. Ich hab' nie riecht, ich hab' nie riecht, ich hab' nie riecht. Oh Mann, war das nervig. 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 Oh Mann, war das nervig.